Die Diagnostik sollte vorher abgeschlossen sein, ja. Man muss eigentlich schon das meiste mitbringen. Was nochmal gemacht wird, der Arzt untersucht einen nochmal und es wird nochmal eine Blutabgabe gemacht. Nein, es gibt eine Eingangsuntersuchung, die ist ganz normal. Körpergröße, Gewicht, Fragen nach der Vergangenheit, wenn man öfter in einer Klinik war, sind die Unterlagen ja eh da. Ja, das wird ja nur einmal das Grundbild erstellt und ich war jetzt des Öfteren im Betrieb, da liegen meine Unterlagen. Und da wird nur gefragt, ob sich da irgendwas gravierend verändert hat. Und dann gibt es eine Abschlussuntersuchung, das war es dann. Eine große Diagnostik gibt es nicht, das ist richtig. In dieser Einrichtung hier nicht, nee. Wurde nicht nach Berichten oder nach Röntgenbildern gefragt. War auch ein ziemlich hektischer Moment. Und war von meiner Seite jetzt auch nicht, es hätte gerne länger und ausführlicheres Gespräch bei der Aufnahme geben können. Es gab ein ausführliches Aufnahmegespräch, wo also die Ärzte sich ein umfassendes Bild machen anhand der Unterlagen, die man mitbringt, anhand der Unterlagen, die sie bereits haben und natürlich auch Fragen stellen anhand selber. Aber reine Diagnostik ist in meinem Fall, hat eigentlich nicht stattgefunden. Nein, das hat eigentlich nicht so stattgefunden. Okay, es gab meistens, glaube ich, Blutabnahmen. Blutabnahmen, aber Röntgenbilder und sowas sollte man mitbringen, wenn das erforderlich war? Nein, gar nicht. Nur ein Gespräch mit einem Arzt, Stationsarzt, also für dieses Haus oder für die Etage. Blut abgeben. Also es gab ein Arztgespräch, aber das bezog sich im Wesentlichen auf den vorher ausgefüllten Fragebogen über die Vorgeschichte. Die musste ich, glaube ich, dreimal ausfüllen, diesen Fragebogen, weiß nicht wieso. Aber ansonsten beziehen sich doch die Ärzte in der Regel auf das, was aus der Klinik an Bericht mitkommt.